Also, nicht nachgedanken und dann... Okay, ich bin da. Aber irgendwie hab ich, wie gesagt, geschafft den, äh... Team Blau baut den Vorsprung weiter aus. Ja, heute interessiert mich ja nicht, ob die... Achtung, dann sind wir. Also, drei Mal Arbeit. Ja, das ist halt, man muss halt schnell arbeiten bei Team 4. Ja, andererseits. Ja, du brauchst aber die Leute dann auch nen Discord. Ja. Aber Team Spiel, je nachdem, also... Team Bolt holt auf! Geh doch! Komm! Komm! Fünf, drei von Bingeons! Ja, da war es so, da hoch zu gehen. Team Blau braucht noch einen Punkt, um die Runde zu gewinnen. Bei dem Scheuer oder was, echt jetzt? Die Blau gewinnt! Ja, gut, aber wir doch mal beigetreten sind, ne? Ja, eine Runde noch nicht. Runde 2. Aber ich find's trotzdem grad ein bisschen angenehmer, äh, mit, äh, Kontrollers zu zocken. Neee! Neee! Ganz tief, ichff nicht, was die washillne mit der Auch Vince gilt es. Ich weiß, dass der Diem sendet auf den St�� und sie amazon Tap for, die hitfen. Runde 2,10,icop�se und parentheses zu können. Willst du gehören dazu? Nein, Lefte zu gehen! Einmal... Ich... Nein. Ich wollte fangen. Ich zuck's ab! Toll. What the hell? There is here... Ok, komm, 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 komm. Muss ich nicht will, wie immer das zwei rote dabei ne? Ja, das ist halt, ich werde ihnen besser bedeutet, aber die sind von höher und wegen ich habe von mehr Erfahrung dann, das ist halt... Ja gut, das wirst du aber Interesse bei Aimspieler zu lassen, natürlich auch. Nur ich hab die eingetroffen, ich hab meine Säule erfüllt. Hä? Ne, ich will da nicht hin. Team Blau braucht noch einen Punkt um das Spiel zu kriegen. Egal. Spaß macht es ja trotzdem. Auch wenn der ist halt eben so, ne? Also... Ja? Punkten, kloppen. Ich wollte meinen Aft, ich wollte einen Aft. Die Blau gewinnt. Ich hab jetzt mal ein Spiel gewinnen oder machen, dann bin ich Level 3. Okay. Ich hab jetzt aktuell 1005. XP von 1020. So. Gehen wir das hier irgendwo? Q-Ellen, Q-Anzeigen. Äh. Level 20 war der glaub ich nicht richtig sehr. Und der andere war Level 7. Und unser war auch 20. Das wirst du, das wirst du nicht verhindern können. Wie gesagt, bei, bei, ähm. Oh, Rocket League ist es genauso. Ja. Also von daher, alles gut. Ich will einfach nur Spaß haben. Ich will nicht gewinnen. Doch, gewinn schon, aber... Wenn ich schon hier dann ist es so. Aber doch einmal. Ich hab einfach Spaß an dem Spiel. Wir haben doch schon einmal gewonnen, das reicht für die nächsten 10 Jahre. Wir haben doch schon einmal gewonnen. Wow. Ja, zweimal sogar. Bestimmt. Wenn du dann das auf Aufnahme hast und hochlegst, ähm. Logischen, ich bin live. Ja und? Weiß ja doch nicht, dass du es aufgehast. Ich lau, mach dann morgen Vormittag dann die Videos fertig, äh. Montag bis Freitag. Ich zähne noch ein Loch in diese Platte, aber was soll's. Ihr wünscht euch den Track immer wieder, also spiele ich ihn immer wieder. Halo City Pirate Radio. Ziehen wir's durch. Multiball. Yes. Was? Zweimal schießen, einmal treffen. Zweimal. Dreimal. Ganz dreimal schießen. Hä? Warum sind ich nur für zweit, hä? Na gut. Spielen wir zwei gegen drei, mir egal. Pfff. Mehr Chancen, dass wir gewinnen, obwohl ich glaub trotzdem nicht drauf. Team K.O. Team Blau gewinnt. Los geht's! Was ist denn jetzt kaputt? Hä? Hä? Wie? Achso, die waren zu wenig im Team. Haha. Wir haben gewonnen. Ja, okay. Dankeschön. Auf jeden Fall, ne? Alter, du hast auch noch am meisten Punkte bekommen. Wisse, was? Das wird hier kaputt. Hallo? Ist ja lustig. Viel gewonnen. 100 XP. Juppie. Danke. Level 3. Danke, mein Quatsch. Geil. Ähm. Epische Brille. Okay. Ähm. Das ist ja, ähm. Ja, gut. Können wir machen, ne? Wer sich sonst keiner findet. Bei mir soll's egal sein. Ich muss gleich mal erst mal spielen, auch ne? Ach doch. Ne, in 20 Sekunden schaff ich's nicht in Sport zu laufen. Spray zu nehmen, einwirken lassen und dann auszuspülen. Ne, geht nicht. Mache ich dann, wenn du gleich auf Relife RBG gehst. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Wenn wieder 10 Doktoren da sind, dann äh. Irgendwas weiß ich, mal gucken. Ich hab mal nur abwarten, nur abwarten. Oh, jetzt ist wieder voll. Echt? Wann bist du nicht in meiner Gruppe drin? Was ist mit dir los? Wann wirst du die Einladung nicht angenommen? Welche Einladung? Du hast mir gar nicht geschickt. Doch. Ich hab dir eine Co-Einladung geschickt, ebenso. Auch wenn du ausgenockt in der Gosse landest, nimmst du immer noch zu den Scheinen auf. Und der Feinz kann sich verlassen. Ja, nicht das. Ich hab eine Co-Einladung gegründet. Und äh. Geht wie Ball nicht schon wieder. Ja, teilst du, kaufst du das Spiel hoch oder was? Hä? Willst du das Spiel dann kaufen? Irgendwann. Irgendwann bestimmt. Wenn ich an Level 30 bin. Wichtig. Kannst mich beschützen, ja. Team K.O. Runde 1. Grät in den Ball. Auch doch. Hallo. Kommt nicht. Und Hausmeister bitte. Verschirft mich. Ja, nochmal. Team Blau geht in die Hohe. Geht nicht, geht nicht. Ja, alle hohen, ich bin schon wieder. Nichts ist entschieden. Oh nein! Team Gold geht in Führung. Nichts ist entschieden. Team Gold geht in Führung. Nein! Nein! Die schmeißen mich einfach raus! Nein! Ähm, 8? Und 10? Aber... Ah, guck mal, das ist interessanter als bei Folge, als irgendwo. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Wollen wir das eigentlich auch nochmal machen könnten. Ah! Ich hab ihn runtergezogen jetzt. Ich hab ihn runtergezogen. Ich hab ihn runtergezogen. Ah, das wird wirklich. Wenn er im Käfig gefangen wird, dann kann ich ihn natürlich dann nach oben. Und nach oben geraten. Super. Super. Nächste Runde. Auf, dass wir die verlieren. Ja. Runde 2. Mach doch. Oh, der Rucker. Team Gold geht in Führung. Echt? Hab ich getroffen? Sind wir gold oder blau? Ne, blau sind wir, ne? Wir sind blau, ja. Ich hab'n Ball. 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 Doppel K.O. Doppel K.O. Blanken. Robin, wir werden. Immer besser. Was sind wir denn? Putt, 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 putt. Ist ja auch kein. Ich hab'n Ball. Ja, lass mal mit dem einen Typen hier bleiben. Wenn wir in Gruppe sind, bin ich vielleicht wieder. Ich hab'n Ball. Ey, da schmeißt mich so unter die Pfeife. Wie machen die das? What? Ja, fuck. Fuck. Die haken auf, auf dich rum. Aber, ja. Ich hab'n Ball. Ich brauch den Vorsprup. Wie geht das jetzt? Werf, werf, werf. Werf. Ich hab, ich bin ja nicht. Ich weiß! Ich kann nicht werfen. Team Blau holt auf! Ja! Werfen runter! Werfen runter! Werfen runter! Ich hab'n nicht bekommen, sorry! Du musst auf'n Boden werfen dann! Also runterwerfen, dass die runterfallen! Ja, getroffen! Aller gut! Aller gut! Ja! Noch einmal da drinnen! Dann ist der auch weg! Nur mal verder! Ja! 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 Nein! 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 Ich hab' doch noch zwei erwischt gehabt, Manu! Verdammt! Was ist noch real life los? Guck mal bitte! Also nicht! Ui! Ersten Vertrag gew- Oh! Level 4! Ersten Vertrag hab' ich gewonnen! Moment! Warum bist'n du jetzt Level 4? Ja, weil ich im Vertrag fertig hab! Vielleicht jemand ausgewichen oder so! Keine Ahnung, ob ich im Vertrag fertig hab! Ja, den Weiche dreimal aus irgendwie! Hab' ich fertig! Oh! Glückwunsch ich nicht! Egal! Nächste Runde in 15 Sekunden! Hallo Sissi! Mir! Warum wolltest du auffallen oder was? Wo? Ich weiß nicht, wenn du grad gelacht hast! Nächste Runde in 15 Sekunden! Oder warum ich, äh, weil ich Sissi komm-